Gut. Den Opener wollte ich nicht spielen. Egal. War eben gerade auch noch ein bisschen beschäftigt mit Facebook? Ihr kennt das. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Das ist zwei Minuten nach 21 Uhr, um genau zu sein. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt. Hier gibt es jetzt zwei Stunden mit mir, Felix Kröcher, auf Sancho Live. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.